Ich glaube ich... 350 brauche ich. Warte noch ganz schnell was gucken. Ein paar Sachen davon habe ich, ja. 350 sollte reichen. Ich lass mal ganz kurz gucken. Dann dauert das gleich, ich mache. Warte. Das reicht noch nicht. Das ist es nicht. Oh, was machst du denn da? Das ist sehr eklig. Wo ist mein Raumschiff da? So, wir machen das jetzt einfach mal nicht so schön, weil es um Raumschiff schön machen und so weiter und alles zu reparieren, da haben wir noch genügend Zeit. Aber erstmal... will ich... Entschuldigung. Hier in die Anomalien und dann zurück... ...zu meinem Prachter. Wieso ist das so weit weg gewesen jetzt mal? Ja, ich komme. So. Oh, das ist... Ne, da bin ich damit. Ich habe keine Waffe. Wenn mich jetzt jemand angreift, muss ich den mit dem Liengläser wegmachen, ne. Aber da werden wir... ...bei einem der nächsten Projekte, das wir vielleicht heute schon anfangen, weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich hätte auch gedacht, dass wir viel weiter kommen, aber naja. Wir werden uns nämlich jetzt vielleicht sogar schon als... ...Überhitzung... ...stimmt ja, das kann ja noch passieren. In meinem Hauptspielstand geht das halt gar nicht. So. Ähm... Raumschiff. Das macht nix. Ich bin gleich in meinem Raumschiff. Mein wunderschönes Raumschiff. So, wir hauen hier ab. Achso, wir gucken erst mal. Äh... Brauchen wir fünf Kabelbäume. Na, das war klar. So, hier... Ah, doch, wir haben sogar eine Station hier. Ist ja auch super. Echt in dem Inneren? Na gut. Na gut. Umso besser. Ist das nur Kat, wie irgendwo das nicht geht? Ah, schluck. In der Station können wir gerade noch was anderes machen. Erstmal schau. Also erstmal... ...natürlichen Dings abholen. Ein Dings, ihr wisst ja. Ne, wenn ich Dings sag... ...ich meine natürlich den... ...Ähm... ...Speicherplatz. Also den Dings, ne? Ach, Dings sag ich schon wieder. Hier, das da. Danke. Erstmal bitte da unten. Dann... ...schauen wir... ...was er uns hier zu... ...stimmt, ich wollte auch was anderes machen. Hyperantrieb, ja, immer gut. Ja, oder nicht, haben wir ein bisschen. So. Jetzt lass mal schauen. Phosphor. Genau. Ah, hier, das wollte ich noch machen. Weil das wird jetzt erstmal unser Hauptschiff. Wow. Da oben wird's eng. Da wird's nicht so eng. Da kommt noch so viel dazu, dass wir wirklich erstmal da oben loslegen. Vor allen Dingen... ...haben wir... ...ne, trotzdem nur zwei. Aber das geht ja. Mhm. So, dann wollte ich mal ein paar Sachen... Wir haben noch im Raumschiff verschrottet. Die Sachen wollte ich jetzt verkaufen und gucken, ob wir hier schnell mal Phosphor verkaufen können. Dass wir übrigens da noch ein bisschen was machen können. Kabelbäume. Komm her. Phosphor. Hätte ja sein können. Das guckt nicht so. Ähm... ...Ferritsch-Staub. Brauche ich... Nee, nee, nee. Das wird zu doof. Ähm... Solarspiegel. Hatten wir auch für irgendwas gebraucht. Komm, kaufen wir einfach auch mal. So drei, vier Stück. Mhm. Ich guck mal insgesamt. Warte mal, jetzt hier. Multi-Bergzeug. Das da. Plötzlich geht's gut. Aber verstärkte Kartuschen war das Falsche. Deuterium. Aha. Aha. Mhm. Mhm. Können wir hier Deuterium kaufen? Würde ja gar keinen Sinn machen. Okay. Nein. Nein. Ich muss mich an das halten, was ich auch machen wollte. Das brauchen wir bald. Ähm... Das ist wichtig. Pyrite ist super. Solarspiegel, Solanium. Wo sind die Sachen von dem zerlegten Raumschiff? Lebende Perle kommt bestimmt auch noch. Ja. Das war's ja. Zack. Und? Da war noch mehr. Jawohl. Ja, dass da aktiviert ist, Katnium, braucht kein Mensch. Ich hab Indium. Ich hab... Ich hab Indium. Aber hier ist dieses ein bisschen weg. Das muss weg. Das ist gut, dass ich's hab. Aha. Aber wenn ich jetzt schon Indium habe... Ne, was wollte ich machen? Ich wollte dahin. So, das Fragment auftröseln. Hab ich sonst noch irgendwas? Nein. Wir müssen... Daterium müsste ich eigentlich hinkriegen. Warte mal. Wir wollen jetzt erstmal... ...in die Anomalie. mit unserem schicken Flitzer. Weil, also den... ...den eigenen Anzug aufzubauen, das ist einfach Pflicht. Das muss sein. So. 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 So, bist du mein Anzugteil? Nein, ich nein, 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 oder? Was, brauche ich denn noch irgendwas? Oder brauche ich noch alles? Oh, da habe ich aber jetzt keine Zeit für. Das kommt später, wenn ich genug Nanit habe. Ja, das gibt's. Was mich interessiert... Ne, das nicht. Wo war das denn, was ich bis gebraucht hätte? Ja, hier... Hier... Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich da... Da habe ich fast alles, den... Oh, den könnte ich ja eigentlich... Und da reicht ja dann. Super, aber den brauche ich was anderes. Genau, den muss ich auch noch einbauen. Hilfe, oder? Habe ich? Ne. Ähm... Ja, okay, 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 okay. Muss ich alles noch freischalten, aber das kommt. Dann weiß ich. Jawohl, das haben wir getan. Wir wollen zurück zu unserer Basis. Guck mal, warum konnte ich den? Ach, jetzt geht's ja. Ja, ja, ja. Genau. Gut, den werde ich nicht brauchen, weil ich habe ihn hier. Warum auch immer. Ja, ja, da fliegt er da hinten. Und von da aus muss ich nochmal zum Atlas. Ja, ich wollte wissen, ob ich Deuterium vielleicht herstellen kann. Die ist fertig geworden, schön. So. Oh, die könnte ich ja ruhig noch einbauen. So. Haben wir Tritium. Haben wir die Wasserstoff. Deuterium brauchen wir genau. Wie viel? Egal, kommt alles weg. 100, 100, 100, 100. Keine Live-Besucher. Unfassbar. Ist No Man's Sky gerade so out? Kann ich jetzt bitte meine Pistole Gelohnt hat sich das eigentlich nicht. Und wir brauchen schon wieder Phosphor. Aber dafür geht das ja. Mhm. Das haben wir auch. Ja. Ich dürfte bald wieder auf dem alten Stand sein. Es fehlt nur noch Phosphor. Kobalt. Phosphor. Kobalt. Kobalt. Nichts. Auch wieder nichts. Sehr schön. So. Also. Kobalt. Gucken wir doch mal schnell nach. Ob wir nicht. Ob wir nicht. Ein Kobalt-Derivat haben. Kobalt. Ionisiertes Kobalt. Das ist doch. Geht doch. Ja, ja. Ionisiertes Kobalt. Ionisiertes Kobalt. Braucht kein Mensch. Kobalt. Das brauche ich. Super. Dann wäre das auch erledigt. Und wir brauchen jetzt eigentlich noch. Warte mal. Diese hysterischen Siegel können ich machen. Das heißt also alles, was jetzt noch fehlt, ist Phosphor. Ionen-Akku. Das war noch gar nicht installiert, oder? Okay, jetzt fehlt wirklich nur noch Phosphor und ich habe wieder was. Naja gut, ich meine, es ist nicht der Endgültige. Das ist richtig. So. Hier sieht es gut aus. Alles klar. Endspurt. Warte mal, habe ich das Indium dabei? Ja. Was war das? Aktuelle? Nein, 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 nein. Nein. Ja. Das ist jetzt wirklich der Moment, wo ich meine Dampfe ein bisschen vermisse. Ich habe aufgehört zu dampfen tatsächlich. Ich war ja immer schon nichtraurer, habe jetzt sehr, sehr lange Zeit gedampft und wollte einfach mal schauen, was es mit meinem Körper und allem macht, wenn ich damit aufhöre, ob es da irgendwas verbessert, Energie mehr und so weiter. Und irgendwie habe ich das Gefühl schon, aber es ist so ein bisschen... So, neue Entdeckung. Dann neue Entdeckung heißt, wir springen erst mal... Was passiert da? Da haben wir keine Zeit für jetzt. Oh. Jetzt springe ich da durch die Gegend? Ich habe noch nicht ein weiteres Mal einen Frachter irgendwie. Hm. Gefunden. Das habe ich sonst unheimlich oft. So. Wo wollte ich hin? Ich wollte schauen, ob die Phosphor haben. Dann wollte ich mir meine Erweiterung holen. Ich kann ja fast alles wieder machen. Wunderschön. Was soll ich? Nein, das nehme ich immer. So. Achso, ich brauche ja noch mehr. Warte. Ich brauche den. Da unten. Achso, ja. Und ich brauche ja auch immer noch das da. S-Inframesser-Wett finde ich super. Hm. Hm. Okay. Schnell installieren. Ich brauche ja auch immer noch das da. 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 Vielen Dank.